Ja Ok, meine Aufnahme ist gestartet Ja, dann geben wir an den Start-Bitch immer wieder rein Und drück Start Siehst du? Ich hab Start gedrückt, was passiert dann? Ja Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Super Mario Old Stars mit dem Flash Mit Centuuuus Hallo Und wir sind natürlich immer noch bei Super Mario Hier bei Mario 1 Bei Mario 1 Oh lol, man kann Level wechseln? Oh lol Hä? Ich konnte Level wechseln Ja, 2 player Oh lol, ich bin auch in 8 Ja, jetzt war du Level wechsel gemacht Oh lol, haha, geil, das heißt wir haben guten Vorsprung Das heißt wir könnten es doch schaffen Wir könnten Du killst das könnte Nein Egal Es hat ja schon mal einen Vorteil, dass wir jetzt beide in 8 sind Das wusste ich gar nicht Nee, ich auch nicht Weil ich jetzt aber auch nur umgeklickt habe Weil ich 3 gewöhnt mit x so Ey, game Haha Ich muss mich grad wieder an die Steuerung kontrollieren Ja, muss ich mich grad auch Ja, gewöhnt Ey, ich wollte nur auf die Dinge drauf bringen, dass ich den so rüber drücke Nein Das kann echt spannend werden Ähm, da spring ich Achja, flitzen hatte ich ja irgendwie da Warum auch immer Warum auch immer Ja, genau da hattest du's Ey Hey Irgendwie Ähm, da Ich hab aber gar nichts dran verstanden Ich hab aber gar nichts dran verstanden Eben Fuck Och nö, leck mich Und das Ding ist halt nicht anders, den kann ich nicht wechseln Es ist halt, dass du den Emulator ja neu starten musst dann Das ist scheiße Warum denkst du dich vorher dran? Ich war irgendwie der Meinung, dass ich den NAF Super Nintendo Controller genommen hatte Das weiß ich nicht Meinst du, ich bin nebenbei essen? Bestimmt, ne? Ja Das stört ja keinen Warte mal Dann mal ganz schnell Ich komm weg Sack Irgendwie war das so anders auch eingestellt Warum hast du mit dem anderen Controller denn gezockt? Hä? Oder hast du jetzt nur gedacht, dass du mit dem gezockt hast? Oder hast du den vorher schon irgendwie? Benutzt Ja, eigentlich war der Meinung, dass ich den Super Nintendo Controller genommen hatte Aber ich hab den NES Controller genommen gehabt Äh Ach cool Cool, wenn man auf beide Dinger springen hat jetzt Fuck Und ich mal sprinten kann Kannst du doch, seh ich doch Das ist aber kein Sprintengrad Kleinen Moment Das ist immer unser super Aufnahmefels da Moment, unsere? Weißt du ja schon, wer ich nebenbei esse? Warte mal, ich mach das da mal ganz anders Oh, der war auch immer so lange Ja Immer so lange Klar Aber so lange Darum brauchst du nur so lange Darum Darum brauchst du nur so lange Sollte so eigentlich funktionieren Sollte, sagte er Dann schleich ich das Level durch Einen Moment Einmal kurz noch Einmal noch Okay, dann ist das aber letztes Mal Danach Darum brauchst du nie umstellen Okay, so lange esse ich weiter Kannst mich mal Lecker Auflauf Lecker Auflauf Klar Ich glaub ich könnte auch eine Kochschau aufmachen Aber ich würde ganz da essen Nur sowieso Amat jetzt Amat jetzt Amat jetzt Amat jetzt Amat jetzt Naja, du mir dir auch Amat jetzt Naja, du bist ja gestorben Das heißt, ich bin Ja Die Verbindung wieder Ja, ist ja nix neues Oh Oh Ausgetrickst Heya 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 ich hätte gehört da kommt noch so ein sprung und nein nein ist nicht ich mal sagen haha schon dass du deine sprungtaste verlegen wo machst du denn sowas machen wir gleich mal kurz ein cut drauf und dann wechsel ich den controller doch ok mein gott du bist echt anstrengend heute ich weiß okay dann lassen wir das so so lassen wir müssen raus aus dem spiel dass er den controller lädt weißt du doch das ist ein eierkopf gut dann machen wir wegen zentos jetzt ein cut alles gleich tschö jo leute und damit willkommen zurück zu super mario allstars mit flash mit zentus nach der kurzen unterbrechung wegen controller tauschen bla 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 ja apropos controller ja gar nichts rücken hatte kann ich jetzt was suchen aber jetzt ich konnte gerade nicht drücken aber wir sind nur da weil wir weil ich bis dahin gegangen bin aber du gescheatet hast aber kein cheaten nein hast dir vorher angeguckt wo man irgendwie muss ja und ja und ist egal ganz ehrlich jetzt ist ja nicht so dass ich das mit einer aufnahme gemacht habe ich hatte das mario hast du sowieso die anderen bedenken ja weil hier ja bei den anderen da hast du ja immer dann nicht bleiben keine speicher ja da und die sind auch einfacher ja ich bin noch ein bisschen fein aber jetzt darf ich nicht springen ja sonst passiert die das wieder ja, da hast du ganz gechillt ja, da hast du ganz gechillt das hast du ganz gechillt das hast du ganz gechillt aber dein Leben behältst du, ne, komischerweise man kriegt die doch wieder neu gegeben ja, jetzt kriegst du gleich wieder ein neu 5 aber oder 3 aber du hast jetzt gerade nur 2 ja, weil wir doch so gespeichert hatten ja, die Leben behälter komischerweise da war doch irgendwann eingang ich wollte noch nicht mehr hinspringen weit gedrückt wieder aber merkst du schon geht es besser wieder bei mir ja genau sieht man ja diesmal habe ich nicht zweimal springen gelegt das war knapp ja sagen sie alle besonders wenn sie flash heißen und großen schaden haben dass ich die tue ausgetrickst so springen in ein loch du blöde ding immer am falschen vorbeispringen und gleich schützt er wieder ab ja nein das meine ich ja nicht alter penis komische starkzeit zeit ist eigentlich auch nicht schlecht pf pf haben sie jetzt mal gewechselt natürlich bin ich hab auch springen gedrückt aber da war auch nicht gedrückt hatte übertreib mal gleich ja scheiß tausender syndrom jetzt hau ab alter 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 quick du musst mal oben an die kante gucken wenn er hochschmeißt siehst das ja was war das keine ahnung äh irgendwie so ein bisschen buggy oder so oder kommst du da hoch keine ahnung weil da immer irgendwas aufgetautes eben nein die fresse du bist behindert halt das maul anders behindert ja das ist voll spaß die sind drum ja ja wo machst du das denn wo wartest du noch ich hab dich noch nicht mal berührt ja genau das sagen sie alle mach halt's maul ok yolo one verpiss nicht wie ist denn das da oben immer keine ahnung seine kackhand oder so mh verdammt haha verdammt was wie viele versuche haben wir eigentlich wieso du willst es ernsthaft durchspielen das spiel ich ja lieber bei ne das sag ich lieber nicht haha da spielst du ja lieber kaiser ja haha das ist ehrlich du brauchst das noch nicht mal aussprechen ich weiß was du meinst haha ich hab keine ahnung aber ich würd trotzdem sagen dass wir das auf jeden Fall beenden werden wenn wir das in nächster Zeit nicht schaffen würd ich mal so sagen irgendwie beenden wir das schon und beenden wir 10.000 abstützen naja ist klar du mich auch wat denn du bist behindert oh genau du schmeißt den ersten da rein warte du springst ausgetrickst und ich spring genau drauf ich wollte den eigentlich ohhhh du wolltest den Stachel im Arsch haben 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 ich finde das immer noch zu geil dass einer das innerhalb von unter 5 Minuten oder in 5 Minuten geschafft hat immer durch aber durch die durch die ganzen Bugs ausnutzen und so der karrt doch lange Weile dum 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 das ist doch auch mal lange Weile nee und da man hier rein na 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 tsch tsch hat doch fast schon wieder ne Schulkunde geknutscht ach denkst du man hält den Controller ja ja wenn er das umschalt so klick 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 stirb du 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 deine Oma stirbt auch gleich nein ne nein blä 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 jump jump oh fuck da war ja was da war ja was da war ja was ich sagte warte nein in dem Moment hab ich aber schon springen gedrückt du musst die Verzögerung bedenken 79 anfangen komm du Kartoffelsack du musst die Verzögerung doch bedenken alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar ha 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 ne doch oder 8-1 verging dann doch falsche Richtung Aber man hört den Controller nur wenn ich dabei rede Naja bist doch schlecht Ja, macht eins egal, das rase ich jetzt durch Genau das Genau das hab ich gemeint Lauf, lauf, lauf Ja, aber ich hab das schon besser hingekriegt mit den Einstellungen Das war immer nicht schon schlimmer Besonders mit dem Xbox-Controller So oft will ich an den Einstellungen vorm Mischpult in letzter Zeit rumgestellt hab Wie langweil hat das? Ne, das vom Sound her auch besser klingt Ah, Dines 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 Und Tschüss Äh, ich hab zu früh zurückgedrückt Ich hab nichts gesagt eben Ich hab nur gesagt unschüss Schau dich gleich Nö Sicher? Nö Stirb Stirb Ich will immer gegenseitig wollen, dass wir sterben Ja klar Ich hab eigentlich das ja Nur wenn du redest, hört man den ganzen Controller, wenn du so richtig fest drückst Ich weiß Warum machst du sowas? Ich rede Warum redest du? Weil ich reden kann Warum spreche ich in dem Moment, wo das viel hoch geht? Weil du abgelenkt warst Nee, nicht ganz Weil du schlecht bist Du bist eine Null Wie wir deine Leben jetzt hatten Du bist ein P-Ner Ein Leben hatten auch Null Oh mein Gott Ich wollte dich sprengen Nee Was glaubst du für scheiße Ich hab doch gar gesprungen, hast du nicht gesehen? Ja und? Das wollte ich eigentlich nicht Ich wollte eigentlich durchlaufen Dafür bist du ja voll leise gerade Ich hab nicht geschrien Hat jemand Dezibel bestellt? Nein Und tot Schade Nö Ich bin immer an dem vorbei Ich bin immer an dem vorbei Ausnahmsweise An dem vorbei Wir sind bei elf Minuten Und wie oft sind wir jetzt schon wieder verreckt? Keine Ahnung Noch genug Noch genug Das sind Fette Knöpfe Da passen auch deine Wohnzüge Das sind Fette Knöpfe Da passen auch deine Wohnzüge Wurstfinger druck Ich glaub du hast eher Wurstfinger als ich Ja aber meine Wurstfinger Treffen die Taste Oder sollten sie Sollten sie ja Soff mit einem Leben schaff ich dann Dieses kack Level Und stürz danach kurzzeitig wieder ab Klar Weil es ja nicht ein neues hier So wie sich das gehört Weißt du doch Gab's doch keinen Pilz unten in der Röhre? Nee Schade Gab's überhaupt nen Pilz in dem Level? Weiß ich nicht Hallo? Ich hab dieses Mario so selten gezockt Ich hab immer das Das ähm Wo ich verraten konnte und so Ja Steht dritte Teil Ja der dritte Super Mario Bros 3 Den mochte ich Hallo Das war ja auch einer der ersten Mario Teile Nee Super Mario World war einer der ersten Teile bei mir Soll ich mal sozial sein? Und Nur wieso? Und beim Nachbarn hatte ich Den dritten Teil Aber mal was drei gezockt ich mag dich nicht warum ich war doch drauf und du hast dich erschrocken weil ich gesagt ich hab zurückgedrückt das sagen sie alle das haben doch nur weiter geschlittert die immer in den teilen ja 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 da wärst du auch fast runter geflogen bei dir lagst du gerade wieder doch ein ping weg ich glaube ich habe noch steam auf dem update achso und jetzt steam habe ich geschlossen ich hab extra fallout bei steam aktiviert normal wenn ich wenigstens erfolge bekomme ja wenn du so spielst dann kriegst du ja keine erfolge wie so spielst kannst du ja ohne wenn du als idee kaufst dann hast du installiert das ja nicht über steam ok jetzt hab ich es mal über wissen über steam besagt kommen spielen zu früh steam fremde spielen das krieg ich auch wenigstens erfolge hast du das eigentlich auf dem zweiten account oder auf welchen hast du das ne auf dem haupt so aber machst du wahrscheinlich auf offline ne ja ja sicher ja das hab ich mir auch mal so gemacht dass ich wenn ich auch aufnehme dass ich eher offline zocke weil dann immer dieses on off on off von den ganzen leuten ja gut das nimmst du ja nicht auf wenn du eine monitoraufnahme machst dann ja warum machst du eine monitoraufnahme? ja lass so ich hab das deswegen gemacht um dass die erfolge mit drin sind achso in der aufnahme deswegen mach ich nicht sonst macht er das ja nicht ich mach den ödländer des monats ich hab oh ich hab zwei dinger gemacht zwei szenen vielleicht gleich mal ein bild schicken und immer wenn ich einen ödländer finde der mir richtig auf den keks geht dann benenne ich den ödländer des monats okay so behindert ich hab auch gemacht aufnahme gestartet wo bevor die toteskala auftaucht und ich steh in den raum drin häng da erstmal tot und dann erstmal auf die geschossen ganz zeit schiebst du den einen typen nieder passiert gar nichts schiebst du einen von den anderen nieder ich steh in den anderen wieder auf und dann kriegst du voll einen aufs maul das ist echt so behindert also viel schlimmer ist ich hab jetzt äh ich meine so wenn ich so spiele ne hab ich das nicht hab ich diese den legendären red äh also den red äh skorpion nicht gefunden nehm ich auf find ich dieses kack skorpion ne okay besonders das ding ist legendary man steht legendärer red skorpion an okay ja ich bin erst wieder in sanctuary zurück weiter bin ich halt nicht weil ich auch einer bin der eher so in ruhe zu auch wenn ich aufnehme aufnehme mach ich auch in ruhe zu haben ich baue sogar die stadt auf ja fuck zum beispiel so nicht scheiß auf die stadt so